Warum spiele ich Horror? Ich hasse mich manchmal sehr. Ich hab' grad tatsächlich... boah, ist das so laut! Lulululul. Oh! Ah! Ok. Okay, okay. Oh Gott, jetzt ist er hier ein Kamin an. Ich erinnere mich gerade an den Durchgang davor, wo ich noch meinte, hm, ja, ich darf nicht jumpskiss, nein. Hm, das ist schön, dieses Chesterfield-Couch. Am Arsch! Am verdammten Arsch! Am Arsch! Oh. Was ist das? Ich habe die Gänsehaut. Oh. Wo passiert hier was? Äh, schnurrbart man. Ah, spielen wir lustig durch und so und ja und bla und so. Das ist da die Olle, ey. Oh, ich bin richtig glücklich. Telefon. 035, war das? Ey, der ist natürlich falsch, ne? Ja. Ich brauche die ganze Hilfe mal. Ich muss die anrufen, toll. Ach, keine Ahnung, ich brauche nicht die ganze Hilfe mal machen. Cool. Drei. Drei. Fünf. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Es ist so laut auf meine Ohren. Oh, oder ist der lieb? Was schlagartig bin ich gar nicht nur sauer. Nothing gonna stop us now. Da, 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 da. Ein Fernseher. Ja, komm, bitte geh nicht an. Was, 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 was? Er macht die Kerzen an seinem Piano. Alter. Warte mal kurz. Oh, Bisse. Das war so laut. Ja. Äh, ja. Ja. Fuck! Das ist mal etwas, was ich echt nicht mag. Ich muss leider nach oben gucken. Mir bleibt echt nichts anderes übrig. Es sieht aus, wenn er oben so lupend. Dabei ist es halt nur die Halterung der Lampe. Ich nehme erst 29 Minuten auf. Das reicht leider nicht. Scheiße. Ich bin gerade ein bisschen fertig. Ich habe dir gerade noch die letzte Folge von Area aufgenommen. Und habe ja gesagt, ne, dann dachte ich, ah, ja, spontan. Oh, schlag mich. So. Geil. Ey, nein. Fuck. Hm. Okay. Okay, atme durch. Wir haben neu, also zumindest seit vorher nicht gesehen, diese Ballerina und diese Lampe da, die umgekippt ist. Vielleicht zeigt ihr uns ja gleich irgendwas. Gucken wir mal. Ähm, zwei Kaffee, was ich wirklich sehr, sehr nett finde. Äh, ein Kamin, der hier oben leicht undicht ist. Immer noch dieses schöne Couch, die ich mir jetzt aber anrufen kann. Ein Licht, das ich gerne einschalten würde. Jetzt muss ich aber noch. Ein Fernseher. Fuck. Wollte ich einschalten? Oder? Ich will gar nicht. Okay, Fernseher wird auf jeden Fall noch was bekommen. Warum, ich werde es nicht verstehen. Okay, ähm, eine Lampe. Ist die umsonst? Oh, die liegt, glaub ich, nicht, oder? Ich seh's. Ich seh's. Boah, das ist echt schwer, sich bei einem Rätselspiel zu konzentrieren, wenn es denn auch Horror ist. So, wenn man gerade dann durchdacht, da ist es doch nichts. Okay. Das sind Piano-Pier. Kann ich vielleicht erst bei der Uhr machen? Nope. Witz. Warum bin ich fertig mit den Nerven? Ja, ja, ich weiß, ihr seht's wahrscheinlich. Ich brauch da immer ein bisschen. Das hier. Ich weiß nicht, kann ich da irgendwie drauf kommen? Also, da bräuchte ich schon irgendeinen Hinweis. Ich kann mir da gerade keine Reihen draus machen. Dafür auf jeden Fall jetzt, ähm, äh, jetzt habe ich besammelt, eine Preview. Wir machen dann gleich und dann könnt ihr euch das alle holen. Oh, fuck. Irgendwas ist passiert, als ich reingekommen bin. War das wirklich nur die Lampe? Da ist ja auch was anderes passiert. Warte. Das ist wirklich gar nichts. Die Tür geht nicht auf. Das ist ein seltsamer Riss in der Wand. Kann ich... Ah, sie... Ah, warte mal, warte mal. Klar. Ah, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins und fünf muss nach ganz oben. Okay. Ich hab ein bisschen lange Leitung gemacht. Eins und fünf nach oben. Ähm, zwei und drei nach ganz unten. Zwei und drei nach ganz unten. Und, ähm, eins, zwei, drei. Ne, warte mal. Eins, zwei, drei. Da, drei muss auf den mittleren und der letzte muss auf den mittleren. Eins, zwei. Ah, haben wir doch geschafft. Nein. Bitte kein Jumpscare. So, bitte. Her belly got bigger. And it looks like she was pregnant our second baby. But this is almost impossible. Because since the death of our first child, my doctor said that she couldn't pregnant anymore. I didn't know how she can, but anyway, this is a good news for us. Okay. Ja, ich hab das noch erledigt. Nicht, ja, ja, jetzt. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Läuftet auf einmal hier so. Warte, 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 warte. Ähm, sie war also auf einmal schwanger, konnte aber nicht mehr schwanger werden. Aber die beiden haben sich gefreut und ihr Make-up ist wirklich ganz, äh, furchtbar. Wer umrandet sich denn bitte so die Augen schwarz? Hallo? Huh. Ja, dann, äh, wollen wir mal weiter. Flont. Ich hab ja immer noch ein bisschen, oh, ein Problem. Ah ja, ich gehe. Okay, da kann ich, da darf ich jetzt nicht mehr hin. Ja? Ja, dankeschön. Das hat sie ja toll gemacht. Oh, ich baue, oh Gott, ich mag es nicht, dass ich da oben hingucken kann. Ich baue hier mal alles um, da kommt die Wetter hoch. La, 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 la. Schöne, blöde Kuh. Ich werde herausfinden, was hier passiert ist. Äh, und so. Und wenn es das Letzte ist, was ich, oh Gott, ich bin nicht. Ich hab Herzschmerzen. Okay, das ist zerbrochen. Wir können aber nichts machen. Ja, eine Sache kann ich auf jeden Fall machen, nämlich hier rausgehen. Oder vielleicht mal Hilfe holen und mit mehreren Leuten hier was machen. Okay. Ähm. Will ich gar nicht. Da müssen wir irgendwann runter, aber ich will gerade gar nicht. Puh. Freiheit, Bank. Danke für die Hilfe, wer auch immer das war. Aber das hätte man auch anders lösen können. Boah, ey. Ach, das ist ja auch schön. Eine Babywiege. Ich habe ein Hidden-Symbol gefunden. Yeah. Ah. Okay, ein dreistelliger Code. W-w-w- Oh nein. Okay. Ja, ja, ja. Beruhig dich. Ein, ein Einhorn. Noch ein Einhorn. Und eine, ja, ich weiß nicht. Das, nee, das ist nur eine Unterscheidung. Das ist kein Zahlencode, oder? F-Punkt, äh, irgendwas. Diesen Schranke kann ich nicht aufmachen. 26. Und wieder ein Rätsel. Oh, das ist ja interessant. Das würde ich niemals schaffen. Ich bin da so verpeilt. Ah, ich verstehe. Okay. Okay. Ich bin da so verpeilt. Und wieder aufhören. Ta-da! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, wir hören ein komisches Geräusch. Achtung. Wie soll ich denn so rätseln? Wie soll ich denn so rätseln in dem Spiel? Ich bin so völlig unter Druck. Hey, wie das anfing. Das schickte Brille-Game. Wie soll ich denn so rätseln? Wie soll ich denn so rätseln? Wie soll ich denn so rätseln? Okay, boah. Ich dachte gerade, ich hätte sowas dumm gehört. Boah, das wäre... Okay. Pan? Zuschauer? Wir schaffen das. Wir haben schon schlimmere Sachen geschafft. So. Wir müssen jetzt nur gucken. Muss ich... Kann ich gar nicht gucken? Okay. Muss ich jetzt in diesem Raum hier was machen, weil es hier die Kerzen an sind? Oder muss ich einen Raum weiter? Wir haben hier auf jeden Fall noch einen Schlüssel und das mit dem Gewicht. Wir haben hier noch eine Box. Ein bisschen Angst. Ein Schweinskopf. Eine Katze, die gerade oben war. Und dieses Rätsel. Oh, und jetzt, wie wir gerade sehen... Oh, ist das Bild abgefallen. Okay. Äh, eins. Äh, oh Gott. Okay. Äh, links, oben rechts und unten die zwei. Gut. Ne? Ach so. Warte mal. So rum. Oder? Unten die zwei... Oder... Hä? Oben die zwei... Und unten die. Oder bin ich jetzt irgendwie... Bin ich jetzt total Banane? Also... Hä? Sorry, aber es ist doch richtig. Ach, nee, gar nicht. Das Bild war ja andersrum. Oh, ich bin so doof. Okay, warte. Warte, eine Sache. Ich mache das erstmal normal. Ja, ja. Ganz klein. Aber komm, ich bin sofort drauf gekommen. Ähm... Oben links, zwei unten rechts und eine unten. Oben links, unten links und die zwei. Oh, oh. Das sieht ganz schick aus. Oh, oh. I found a maid. Her name was Mary. From now, she would take charge of the cooking and cleaning in the house. I thought that my wife seems to doesn't like her. But what's important. Mary could take care of her during pregnancy. Bevor ich jetzt hier was erzähle... Mach keinen Scheiß, Alter. Ja, man kann jetzt erahnen, was da passiert. Also die Frau mochte sie nicht und bei so Erzählungen, wenn es darum geht, ist es halt echt oft so, dass der Mann mit ihr irgendwie ein Verhältnis anfängt. Nicht im richtigen Leben, da sicherlich auch, aber bei so Erzählungen. Deswegen habe ich direkt gesagt so, oh oh. Das Rätsel, das war jetzt echt, das war super. Dass ich das so verpeilt habe. Das ist gut. Für die anderen, für Leute, die halt an sich gerne rätseln und so ist es Billo gewesen. Die werden bestimmt drauf kommen, aber für mich. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ein dreistelliger Code. Ich habe so... Ich bin so misstrauisch. Bevor ich immer was sage, so... Ein dreistelliger Code. Bla 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 bla. Warte ich erst mal. Ich kann nicht schneller laufen. Oder so. What now? Ich weiß nicht, was ich auch immer hier so dran vorbei muss, verdammt. Kurz durch haben. Okay. Ein dreistelliger Code. Und scheiß Rätsel und so. Das ist voll doof. Komm mal bitte, was mit den Rätseln hier... Denk mich doch. Ey, das ist schon wieder... Ey, so klar. Ähm. Hier sein lassen. Jetzt, wir müssen... Also die Story, die müssen wir jetzt mal hier voranbringen. Es reicht halt erst mal mit den Rätseln. Mein Herz, du Bili. Gut, wir müssen immer noch die Hälfte der Karte finden, die andere. Dreistelliger Code. Oh Gott. Ich möchte nur mal betonen, dass dieses Spiel von einem einzigen Pissung gemacht wurde. Okay. Fünf. Zwei. Acht. Gut. Lass es! Jetzt wissen wir nicht, ob es für die Kiste ist, ne? Würde ich mal sagen. Wir haben ja auch noch einen anderen. Okay. Oh Gott, für welche Tür? Ähm. Da ist doch noch ein Brief. Ah, okay. Ich habe einen Türknauf gefunden. Ich habe einen Türknauf und ich werde ihn benutzen. Hallo! 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 Hallo, hallo! Hallo, hallo! Oh. Ein Vierstelliger Code. Hinan denn! Und? Oh nein. Am Stop Machine! Geil! Scheiße. Ah, das wird ja sehr witzig werden. Das, äh... Ich bin ein bisschen, äh... Nervös. So. Rätsel und so. Äh, okay. Spinne, aber was hat die Spinne damit zu tun? Sex. Was zur Hölle hat die Spinne damit zu tun? Ja, ja, ja. Ja, ich weiß. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich damals sowas wie Rhythm gespielt habe? Ich müsste. Ja, ich denke genau das gleiche wie ihr. Ich verstehe das auch nicht. So. Ähm, jetzt haben wir das hier noch. Das kann ich hier... Warte. 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 Aber acht auf... Acht auf sechs. Ich... Ich weiß nicht, das ist... Äh... Sieben ist es nicht. Es ist eher eine... Ich bin so super fixiert auf die Spinne. Es ist eine Vier. Was mache ich denn da? Es ist eine Vier. Blöde. Rote. Pfarrer. So. Ja, was mit der Spinne? Was mit der Spinne verstehe ich dann jetzt? Kann ich mal bitte die Karte... Dankeschön, ich musste mich hier anrufen. Sechs, fünf, drei. Äh. Was hat mich schon mal gemacht? Recently, my wife has some quite weird expression. She said less than before, and often angry with everyone. Sometimes I saw her crying, and sometimes saw her smiling alone. One time, I was horrified when I saw her playing with the spider. The doctor said she might be suffering from personality disorder. So she needs medication and a special treatment. Okay. Ich wollte gerade was sagen. Ich wollte gerade kurz was sagen. Ganz kurz. Okay. Ich wollte gerade sagen.